Kommt ihr? Ja, ich mach eine Moderation. Ok, 3, 2, 1. Hallo und willkommen zu CSGO hier mit dem inkompetenten Flo. Du Arsch, du Arsch. Die Bots haben mich getötet. Ich dachte hier die falsche Waffe. M4A4. Oh, ich muss dir mal einen Skin zeigen. Nein. Oh, doch. Schick mir deinen Skins. Wer ist denn bei uns? Ah, der Gelbe ist fremd, oder? Ähm, ja, ich denke. Ja, Gelbe ist fremd. Ich bin der schöne Lilla, ne? Ah, du hast, ne, du bist nicht Lilla. Doch, ich bin Lilla. Nein, der Lilla ist Lilla. Alter, warum lenkt das bei mir so? Na, jetzt lädt mich mein Clan zum Spielen ein. Fast rein, so muss doch. Ja, ja. Oh nein, nachladen, schade. Meine Awe? Ne, dann will ich es nicht. Facebound, campen. Richtig. Azi Move. Nein! Okay, das hat nicht funktioniert. Wollte ich den noch fürs schönes Ding? Ohne Billo! Ich hab ne Billo-Sniper. Oh mein Klo. Oh. Oh. Schlo steht, äh, Chris steht AFK rum. Gar nicht wahr, ich kauf mir grad was. Oh. okay also jetzt spielen wir mal richtig sagste immer drei 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 bb ist schwerer zu verteidigen umgekehrt gemacht flo kommst du geht da vorne hin ich weiß ich guck ich guck kurz du guckst lang ja alle b und mein scheiß money weil er alle ja alle ich bin halt mit einer handvoll waffe überhaupt nicht gut eine chance und das war aber richtig schönes echo wir beide machen noch mal oder ich bin aber wir ja ich habe eine ecke und mit nur naja die kam scheiße gerasht heißt nichts kaufen ich habe eine rüstung gekauft rüstung ist auch was ich habe nicht gesagt dass ich mache ich hoffe gerne wenn man sagt echo da macht das ganze team der echo also das ist das verschwendung meistens wenn nur einer eine gute wache sieht relativ clear aus also noch kommen wahrscheinlich aber da ist einer kurz 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 brauch versteckung kurz so dort geschluckt online hier ist das leer ich habe den vier schuss in den rücken geschossen der dritte um ich bin tot ich brauche ich bin alleine das gibt es nicht alter das war der gleiche der mich gekillt hat glaube ich oh man ich bin schon wie der beste kaufen so jetzt kaufen wir mal was aber ich fange mit dem p glaube ich an oder ich habe eine billo sniper die noch mal ein guter war maß ich gebe ja geht du dir mit der billo dann kommt nico eben mit der jahre geht allerdings kommt schon aber das kann nicht sein sein spiel ist was der die auf uns geschossen ja das war einer mit das war kein sniper waffe aber von mir der lang wurde geflasht der b kommt keiner der lang alle 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 einer hat ordentlich gekriegt da waren schon welche ja auf die entfernung mit der farmers auf semi also auf diese dreier schuss auf weiter entfernen ich weiß gar nicht wie man das umstellt ehrlich gesagt ich gehe hinten rum noch schnell ah ne ist schon einer hinten von hinten oder auf der brücke ne ne oben wir sitzen genau hinter dem kasten klo lass sie gucken da 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 vor dir der kam von vorn der ist da raus gekommen wird aber nix mehr wahrscheinlich hätte vielleicht doch nicht mit der sniper gucken können oh mann 3-0 ja kannst ja aber mit buddy shot wo die da gar nicht so gut sind ich mach ne echo ich könnte ein bisschen blöds kaufen das ist machbar wir sind einfach scheiße wir sind zu spät ich hab ne sniper ja macht ihr nix ich mach auf jeden fall ne echo ja ich bin oder naja mach ne mp runde wenn ihr auch schon ich mach ne little rush ich mach jetzt mal was ganz verrücktes nicht rush oder die müssen kommen nicht wir ja ja aber ich spiel das spiel ein bisschen länger als du floh mag geflasht so labert der ingame alter weil der nicht bei uns ist also einer hat 99 damage gekriegt pings und der andere hat 97 kann man ihn mit links decken oh cooler skin nicolas ja ganz neu gekauft ist noch null drauf ey mach jetzt n eins drauf fuck ne die mps sind auch auf die entferne nicht wirklich was nicht rausgehen der muss kommen trifft durch die tür alter gründe seiner oben hinter dir hinter dir hinter dir du musst direkt an sagen wenn du tot bist sag mir durch wenn du tot warst ja hab ich doch ich hab gesagt oben ja gut oben bringt mir aber nichts ich muss sagen du bist tot hinter dir oder irgendwie sowas aber ja ist ja gut hab ich ja drauf verlassen dass du irgendwie noch hinten lebst oder so hast du dich nie verlassen habt ihr jetzt ne full echo gemacht du kannst es mir ja sagen das reicht mir nein ich hab mir gekauft ich hab mir gekauft ok ja ist ja gut ja wow richtig hart geflasht da kommt wer glaube ich noch eine noch eine die hat mich erwischt scheiße boah fuck die hat mich voll erwischt noch eine jetzt war der flash ok flash achtung wir müssen auch gucken ob die von links kommen ruhe bitte ruhe bitte ruhe ich bin im tunnel unten drin ja einer weg nice nein keine ahnung wo irgendwo im tunnel noch ich hab nicht gesehen die bombe liegt hier eben warte einfach nicht ja die bombe liegt da ja ich wollte zur bombe kommen deswegen also im tunnel ist noch einer chris chris ja wer liegt denn noch vielleicht kommt der auch von rechts du guckst auf tunnel und du stellst dich genau hier draußen hin der ist im tunnel ja tunnel kam was olle das gibts doch nicht jawoll ja man au geh for the win junge ja man ist geil so 16 zu 4 saust du wir machen jetzt ein 16 zu 4 au das hat er gut erkannt das hat doch keine rüstung Nico werf mal deine m4 rüber ok das ist doch schon ein bisschen besser das ist eine mit skin was soll das jetzt bringen oh wow keine ahnung ja mit skin ist doch schon mal schick 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 ja auch doch loot teger ok was auch immer das soll rauch weg unserem rücken die kommen manchmal direkt nach links nicki da wo du stehst naja deswegen bin ich jetzt woanders hin ok rauch verzieht sich langsam recht hinterher ich gehe die kommen alle hin die kommen alle bei den double doors bin tot links kommt auch noch was halte ich bist freunde ohne ich bin tot niki links von dir komm mal die letzten sind mitte gell ist nur noch einer aber da war einer mitte ja ok von allen seiten ich komme jetzt gerade aus mitte bommel liegt nämlich noch mitte da ah sehr gut da wurde er mir gestealt ich habe auch gerade drauf geschossen ich sehe nichts ah meine ak meine ak so genau so ich habe mir die epilettischen immer müssen wir schneller vor denen dort sein wir müssen vielleicht alle in den tunnel rein ich habe das gefühl dass diesmal a lang kommen ja die kommen a lang haben a lang geflasht verschiebt verschiebt zu a lang ich glaube sie kommen alle da alle bleib mal bei b kurz ja zumindest bis jetzt einer ja das ist ja nicht alle ja drei stück alle sind bis jetzt na drei drei ich glaube es kommen aber alle gabel bloß hier in mitte ist geflasht bombe ist da die kommen über a lang äh smoked ok b ist immer noch clear ja ich komm mit bombe ist auf a lang ja sauber Flo wo von wo schießt einer auf mich äh aus der grube aus der grube ah ich habe den nicht gesehen du siehst nur den kopf du siehst nur den kopf mehr siehst du nicht äh guck mal da wird ich jetzt nicht unbedingt stehen bleiben ja so ungefähr vorsicht oben kam einer du bist tot schon ja nice mit meinem vier go volt jetzt wahrscheinlich schon hoch nö nö guck über dir pass auf er ist oben er blende er blende er blende ja mann über euch hinter dir hinter dir ja mann über euch hinter dir hinter dir ja mann über euch hinter dir hinter dir muss dass er da ist und ich wollte in die Ecke rennen sehr gut ja nur ich hatte die Befürchtung dass er gleich von oben kommt und dich weg macht ich geh mit Awe Mitte ne ich geh mit Awe A lang ich geh wieder B ja auch B ja auch B ja ja schönen Awe Skin jawoll ey wir holen auf Leute this is what the trade for ja so muss das yay ne decoy komm mal bitte noch einer A alleine kann ich das nicht die sind auch scheiße aber einer A kurz bitte einer A kurz bitte einer A kurz bitte einer A kurz bitte oh shit sorry weggucken ja kein Degen ich brauche Unterstützung A kurz ich brauche Unterstützung A kurz ich brauche Unterstützung A kurz ja die kommen bei B zumindest ein paar oder bis jetzt noch keiner ruhe du darfst uns abziehen von B A A du hast verschieben nach A los los wir gehen lieber kurz ich hör sie da springt jetzt einer fuck hier ist schon einer okay Bombe liegt bei den Doors ja die Bombe liegt da das ist gut bleib bei der Bombe da wer hat die Awe? achso du ecke ecke ich steh unten am spawn ich steh bei B okay Flash bei den Doors bei den Doors ja weil ich ja mann alter oh nein okay bei den Doors der hat die Bombe nicht mehr noch einer sauber sauber Flo sauber sehr gut alter Flo du kratzt mein Käffler an das muss ich mir jetzt neu kaufen ups nicht auf die Themen schießen sehr gut erst in der allerletzten Runde weißt du in der allerletzten Runde kannst du das alles kaufen soll ich kaufen kauf dir das womit du am besten umgehen kannst es kommt bitte noch einer hier zu A er muss A kurz gucken ja zu unser Typ steht AFK ja warum wirft ihr da alles rein oder was okay die haben hier gesmoked die haben hier gesmoked die meisten jetzt Zeug raus aber treffen irgendwie nicht wo sind sie ist Wayne raus wir sind bei euch im Tunnel ja acht Stück würd ich schätzen ich komm zu B der Smoke geht weg die kommen unten die kommen unten die kommen unten die Doppel Doors ok ok ist weg einer weg es war nur einer rechts auf die Ecke war einer boah ich wette die gehen A Leute ja äh verschieben mal Leute die stürmen können zu A wie ich gesagt hab Bombe ist gefallen hab beide ich guck Tunnel 2 hatte einen im Tunnel ah Flo du bist im Tunnel gut da war einer gewesen ich kämpfe noch ein bisschen die Bombe Pavilion ist das Flo das ist Pavilion sauber Flo hier Flo räumt auf oh Chris räumt auch auf Junge Junge ich bin schon die ganze Zeit dabei Leute Junge ja aber ich guck jetzt alles auf die Stats ja Nikolas das machst du aber auch noch okay normalerweise schon Niki kommt ja aber grad läuft's nicht hin das ist ne AOG und volles Granatenequip also wär ich? nein oh alter wir reden grad über Niko also ich hab aber auch volles AOG und volles Granatenequip deshalb ne da ist keiner ist da jemand ne ne mitte mitte die kommen über mitte ne die kommen kurz die kommen kurz ich brauch Verstärkung kurz schnell alle zu A ey ey go ey ah fuck kackt ah los schnell hop 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 die planten die planten einer hat Aave um die Ecke sitzt ne Aave Niko what the fuck fuck sauber oh oben auf Spot ist noch einer direkt links oben auf Spot ne Aave guckt auch noch da ja der macht dich nicht mit nein der hat dich mit meiner Aave weggemacht mir so leid ja ich hab da irgendwie keine Chance gehabt egal so jetzt brauch ich wirklich Unterstützung auf A ok soll ich mal das Skars snipen? ich versuch's mal geh nochmal Richtung B nein wir haben einen ok Flo wir haben jetzt zwei Skars Flo? äh du kommst mit auf A oh ne du gehst auf B du gehst auf B wer die zweite Skars ey Niki und ich sind schon auf B ich glaub da kommt keiner nein Flo dann kommt doch hierher du guckst jetzt auf A lang ok ich merk smoke Niki du guckst auf A lang versuch Deckung zu finden und dann guck auf A lang von wo aus sobald? ich glaub der smoke ist gut reingeflogen du kannst von hin aah du kannst ein Stück reingehen wenn du willst wo 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 lang lang ja du bist wie ins Blickfeld sonst hätt ich gesnipet oh ok ja dann hast du mir gerade ein ich hab noch Unterstützung Unterstützung A B ist keiner Alter dieser Boycar geht nur mit ner Pistol die planten auf A die planten auf A sind ich schon bei A ja du bist bei A fuck Alter ich bin nur überrascht das gibt's nicht was hast du denn ich hab gar nichts gefunden scheiße egal das schaffen wir wir machen es nochmal genauso ja wir müssen jetzt mehr über A gehen nein nicht genau so ich hab keine Sniper ich über A komm diesmal mit glaub ich zu A hey Flo ja wir bräuchten schon 2 auf B ja ich komm erstmal mit da hinten sind zwei Fässer dann gehen wir direkt ich schieß drauf die zwei Fässer dahinter versteckt du guckst nur lang ich decke kurz sobald ich da Kontakt hab sag ich dir bescheid was clear ich versteht mal kaum so ey die kommen lang da kommt einer lang joo joo ruhe ruhe ah lang ich bin tot ruhe geflasht alter ich hab den nicht getroffen wir sind wieder auf A gepland ja die sind auf A ich kann nicht ja der hat meine A alter was war das denn guck grad sagen wir der den nicht gesniperte ja aber du stirnst da weg nice sehr gut so geht doch auch mal ein bisschen mehr weit ja 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 ich hab meine A auch thanks ich hab meine A wieder denk dran immer Diffuse Kit kaufen immer naja wenns der Preis zulässt aber ja ok 6-6 das sieht gar nicht so schlecht aus ja weiß nicht wie die Map hier nochmal als Terroristen war die war eigentlich ganz gut ähm Flo hm bist du das bei mir? ne das bist du nicht ne ich bin aber jetzt auch bei dir na du gehst lang point smoke smoke blank down smoke point flashbang Achtung Flash Nicky point flashbang oh von denen eine oder was oder war das noch deine? ey war von meiner granate geworfen da muss auf jeden Fall einer sein ja lang ist sauber der smoke geht weg langsam geh hinten zu T spawn Flo dann kannst du dir sicher sein das bombe gesichtet wo? smoke ist weg sag bitte wo die bombe ist wenn ihr sie seht ah kurz oder was? ne ich hab's noch nicht gesehen oder vor vor vor'm tunnel genau mitte vorm tunnel jetzt nehmen wir sie unter control schießen noch die sind noch drinnen nein eine hab ich ja war ne AWE ja schau ich hab den der guckt der guckt der guckt der guckt der guckt überrüstung so nicht so viele steps machen und unten der steht noch hinten ja einmal getroffen die sind verschoben Nicky nimm die Aare glaub ich schluss auf da links ja sehr gut wo? von wo? ah ich dachte ihr hättet den anderen gehabt da unten nicht schießen oh fuck ok ich dachte ihr wer tot gewesen der ist links achso das weiß er nicht ah verdammt schade wir müssen definitiv ein bisschen defensiver spielen ja vor allem auf Zeit mh genau das meine ich damit auch ey da mach ne nur mit ne nova kann man mehr nicht mehr leisten ok 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 let's go eh flash 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 a lang die kommen a lang irgendwas mit rush gesagt ja rush a lang rush a lang 2 3 4 5 alle a lang verschieben los direkt sind schon dabei boah legt die flash sitzen so gut von denen wenn ihr jemanden seht der um die ecke kommt ich steh dort geht sneaky Flo um die ecke und schießen nicht sneak nicht sneak nicht sneak nicht sneak Flo du hast ne schrotze und schuss und jetzt bleib da bleib da bleib da bleib da oh na der war nicht gut von mir der war nicht gut von mir ich dachte die wär noch nicht soweit oh man aber da steht die ave lass den lieber kommen wenn du mit seiner ave ist dann nach am fuß oh Flo hat der ave ordentlich eingefängt nicht gucken gehen Flo nicht gucken gehen die ave weiß jetzt dass du da stehst die auge ist schon echt schön Flo nicht sneaken oh gut der muss die boppe nehmen ja wieviel ist denn das oh es sind noch 3 what the fuck und oh der geht von unten Flo der kann dir ins knie schießen von rechts glaube ich um oh er hat noch einen mitgenommen er hat ja immer er hat ja immer Schade Echo ich kann die Fahrmas nehmen ja ich würde jetzt nicht das ganze Geld raushauen weißt du da kaufe ich mir nie bei nächste Runde ordentlich was ja aber schon nächste Runde wieder wechseln stimmt ja noch nicht bei 15 ach stimmt ja egal das hier ist last round ja ja doch siehste da her wenn die hier mit allem kommen ne ave ja ich versuch's im Tunnel in ne ave oder was ja ok geh dich da ja der Tunnel is safe bitte ruhig sein ja der kommt langsam in steps ach du der schießt auf dich auf mich schnell ja auf mich doch ruhe 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 hab ich yes kommt der nicki sind er mehr angeschossen einen ja da sind zwei oder drei noch drin ok auch Verstärkung ah Mist ich hätte gedacht ich kriege ihn noch die kommen jetzt 100% yes nice ja man drei leute mit der pistol weg geholt so muss das ich bin aber jetzt bin ich plötzlich schlecht ist ja du hattest halt nicht so viele mvps und du warst einer der meiste der gestorben ist so das war ne ganz gute runde ich hab die bombe mach mal rush wir machen rush B und jeder kauft sich Rüstung ok da hättest du früher sagen sollen Rüstung oder CZ CZ hab ich nur gut Rüstung oder CZ ok B oh merci kommt halt drauf an wie ihr mit der Glock zurecht kommt mag ich nicht die Waffe find die so geil ich mag die ok ich rush vor Flo du hast die bombe du bleibst ein bisschen hinten dran ok oh ich muss zurück ziehen nicht blocken bin tot einer tot aber da ist noch einer ähm geh nicht da lang geh nicht da lang der sitzt hinter den Kisten ja ich probier von unten rum zu kommen tot hinter mir noch einer irgendwo direkt hinter mir die Treppen hoch zwei Stück die Treppen hoch ja Kopfschuss ja aber weißt du in einem Treffer genau 100 Schaden ja Kopfschuss ja aber weißt du in einem Treffer genau 100 wie selten doch wenn ich gut abräume schon ja dann schon ja werde ich auch ganz bestimmt mhm wieder einer an dem pot Flash richtig hart geht unten durch geht unten durch Schmitte ich mach ein Terror ok Nick ich bin direkt hinter dir ich hab ein heller ausgeteilt voll rechts rechts ganz viele rechts ganz gegenseitig geblockt hinten 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 hast du den ja doch die double doors und von oben zwei stück die sind alle Mitte jetzt gerade 0 oh nein ich hab grad die Waffe aufgehoben links ja der wird jetzt gleich von hinten lecken Mann sag sowas doch nicht von unten ich äußere mich dazu nicht ne mach ne echo ihr müsst mich auf mich hören aber du hast jetzt ne Galil Flo hast du Rüstung nö also warum muss ich das ja ein Headshot mit ner Pistole und du bist tot der Headshot bist du immer tot nein beim Helm nicht also kommt auf einmal mit welcher Piste ja was Headshot ist nicht tot ne ich geb dir mit ner Glocke ne Headshot warte ich mach ne Flash äh nein die gesmoked lass weiter gehen lass weiter gehen okay ich mach ein bisschen Terror ah die wollen was guck rechts na guck ich links mal ein bisschen rum hinten ja ich hab zwei Headpoints ist der tot? nein jetzt ich bin tot links 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 ich bin tot doppel das oh fuck im wunder ich sterbe immer als Jesuskanidchen links irgendwas rechts oben im Loch ja ja wir planten bei A wir planten bei A ja warte der kommt links rum ja schön nein ah egal lol der hat 97 Schaden er versucht aus dem Arzt zu kommen ne wenn die nämlich die Fusions ändern die sind die sind auf kurz teilweise nice die Rists win ja nice nicht schlecht ne 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 so jetzt kann ich kaufen ich hab die SG5 irgendwas SG553 ich musste ne gute Runde machen ich muss mir hier mal was kaufen und keine Rüstung ja ich hab die Bombe er hat wieder keine Rüstung er hat da auch eben keine Rüstung er hat da auch eben keine Rüstung mit der Galilie soll man über A lang mal gehen ich hab Kevlar Helm wir machen wir splitten A lang und A kurz 2 A kurz 3 A lang wir gehen kaprieren wir gehen kaprieren oh scheiße keiner geht A lang ah ne ich dreh wieder um dann durch A kurz schnell A kurz schnell geh du mit der Bombe vor obwohl das jetzt doof war Achtung ja oh ich hab geschluckt Warte ich hab ne Firenate ich hab ne Firenate ich mach nur ne Flash warte grad und warte ich hab ganz viele Flash JOL oh shit äh die Flash kam ein bisschen spät alter wie schlecht ist der denn Flash Smoke Achtung von hinten von hinten fuck ihr habt euch gegenseitig angenafladet oh scheiße okay Flo one on two das machst du ich glaub dass die von hinter dir kommen wollen aber hör nicht auf mich hör nicht auf mich wo liegt denn die Bombe überhaupt über dir die sind da ich hör sie doch schon ja die sind ja ich sag gar nichts ich hab sie schon gesehen nur ich was bringt es denn die Schieße wenn sie um die Ecke gehen ja genau genau den nicht gekriegt da hat dich vielleicht gesehen Flo Einzelschuss Einzelschuss oh fuck wie viel Schaden hast du dem gemacht ähm 4 4 Treffer 99 Schaden oh nein das gibt's nicht ey Galil mit Rüstung oder Flo was hast du dir gekauft kann ich mir nicht mehr leisten du hast doch Rüstung sauber die Bombe ne ich hab nur die Halt B alter das war aber doch guck mal die Stadt nebeneinander warum hab ich dich beide jetzt müssen wir mal reinhauen nicht mit der Bombe vorrennen nicht mit der Bombe vorrennen Achtung Granate Null ja da sitzt einer getarnt hinter den Kisten vergiss es ja ne andersrum untenrum Boica verstehts hoffentlich und macht jetzt Terror ne er verstehts natürlich nicht er rennt durch rechts rechts sorry da hab ich dich geblockt ja wo denn Vorsicht links ist ne Fisch oh nein fuck warum war der denn nicht fertig mit dem Nachladen das gibt's nicht der hat doch schon lange das Magazin hier drin gehabt ja links 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 ey das ist spottig boica hat sich gerade mit der P90 noch vollen lassen und Bestand töten lassen so richtig mies ich mach mir Echo ein oh fuck ey Echo auf jeden Fall Mitte sich über Mitte ich würd sagen jetzt macht einfach jeder das was er will nein wir müssen jetzt geplant sein er ist recht jetzt müssen wir geplant sein alle A alle A ja all B alle A alle rennen in jede Richtung ok vergiss B vier durch vier durch vier durch nach B wo meint der denn Rush wo wo so A lang geht nicht da guckt schon jemand durch ich hab mich zuglück nicht getroffen und wo guckt der denn ne der guckt auf A lang ja wo denn ja ja dann kann man das von hier wegnehmen ähm da 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 zwischen Kisten ne den meinte ich nicht na scheiße Flo der guckt der sitzt auf A lang du musst sagen wo der ist weiss ich doch nicht na ist jetzt hinten bei der Kisten beim ja dann musst du sagen du weiss nicht wo er ist wir haben gedacht du weisst wo er ist fuck mit der Pistole ich hab ihn nur gesehen aber ich weiss nicht wo das war also irgendwo auf A lang auf ne Waffe grad eben frag ich noch so soll ich dir einen Crashkurs geben auf der Map nein aber ich weiss nicht wo das war genau auf dieser langen gerade irgendwo dort stand der dafür gibt es ja dafür gibt es ja gewisse gewisse ähm ne hinten habt ihr ne ja ich bin nur in die Doppeldoors rein und dann hat der an der Ecke irgendwo gesneakt und durchgeschossen oder sowas ja da gibt's da gibt's gewisse Punkte die man nennt und dann sagt man na bei dem wenn der mittendrin steht sagt man na bei dem na bei dem was ich hab's ja nicht gesehen hab ne Schüsse auf mich fliegen gesehen also bin ich wieder zurückgegangen achso so wie jetzt so wenig mit ne Rüstung ey hab ne Rüstung und die SG553 so Achtung jetzt kommt's tausch mal Nico nimm mal meine P90 und gibst du mir dann nochmal aber lest wie sie heißt ne mach ich das nicht verheiß dich doch lieber Alter ich hab jetzt ne Waffe ich kann die jetzt nicht aufnehmen ich hab ich hab nen Nametag gekauft ja ich weiß aber trotzdem ich hab nen Nametag gekauft und hab die Manfred der MP genannt Vorsicht nönt nönt pass auf da könnte direkt eine so manfred der MP reist ah sitzt jemand ist da jemand ja ja hab ihn komm zu B ja ich bin auch unterwegs warum zu B oh nein weil ich plänte tot ich hab mich grad umgedreht um zu gucken ja ich hab's gesehen und ich konnte aber nicht ja ja klar das war zu schnell jetzt müsst ihr's reißen komm holt uns das 10-12 das ist echt ein harter Kampf gerade ja man ist recht ausgewogen aber das finde ich sehr gut also so knapp hatte ich's jetzt mal mit ich hab's schon mal 15 zu 15 Uhr entschieden Oha bitte rechts hab ich irgendwas gehört ich muss cut steps ja links auch verpilzt euch die geht hoch oder nein 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 noch nicht rechts 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 was soll ich nicht killen Leute äh jo ja die führst du jetzt eh nicht mehr jetzt ist es zu schnell nein fuck 20 Schüsseln echt zu wenig bumm ja ja er ist noch down gut sauber gut 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 Geld hab ich genug da war's jetzt egal was haben wir denn noch mehr mit was machen wir A B na kurz Schwerter kurz und A lang aufteilen ich würd sagen 2 oh die Bombe geht weh Vicky ich bin hinter dir ich hab Flash und alles ich hab auf A lang mal ne ne Sieghäu gelegt ähm die Bombe geht gerade warte die schmeißen Flash rein oh ich hab nur noch 10 Leben vielleicht geht jemand anderes vor am besten ich geh vor wo sitzt der wo sitzt der ohne Spaß der hat geschluckt maaa was ja ich glaub der letzte ist da ist noch einer rechts unten war der irgendwo plantet wenns geht ach ihr habt die Bombe nicht ah lol die ist auf B oh god so ein Hänger der Typ ohne Witz ok ok A der ist bei B Doppeldoss jawoo juuu 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 die AK ist aber besser die macht mehr Schaben die SG meinste die SG ist aber mehr auf Reichweite ich liebe die das ist aber meine die ist meine was der letztens sagt dann noch zu mir als wir so ein bisschen privat ja mit der AK kam aber so gut zu snipen äh was machen wir ja kann man schon aber ich mag die nicht damit umzugehen ich find die irgendwie doof ja du kannst dich so gut sprayen mit der voll angenehm ich mag die nicht ok sieht ganz gut aus Achtung ok eine loch ist frei wer hat der planted ich hab ich geh blenden ok plantet hier wo ich stehe hier wo ich stehe ey jemand die Tür ich hol den Tunnel aus Tür aus Tür unten nicht gucken nicht gucken na ne ich will nur rüber gehen deswegen der muss kommen jetzt nicht alle beim Auto mach smoke smoke bei Tür flash vorm Tunnel flash vorm Tunnel nicht in den Tunnel reingucken ja doch da ist er hab ich angeschossen hinten in den ihrem spawn war einer ja da ich bin tot oben lücke lücke und doppel das ja 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 du doppel das ich koch lücke ich guck auch lücke gerade haben wir fliehen 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 wir haben nichts die geht nicht mehr auf so Bomberkorn na ja ganz knapp nicht mehr 12 Leute sehr gut jo jetzt geht es aufs ganze ne ja ähm dasselbe nochmal ok hm ich denk diesmal an das dann ja weiß man ich werfe ne Träder nach Mitte ok doch nicht ich wurde weggeschoben ok ich hab auch nur die Träder liegt jetzt bei uns am spawnen egal jemand hört sie aber ja aber trotzdem da fallen die nicht drauf ein vorsicht Nate ja die Ans mehr oder weniger ich geh über Mitte Achtung nicht schießen nicht schießen smoke nice ich bin hinter dir ne aha smoke keine Steps machen bitte links ist irgendwer hab ich auch gedacht da ist auch einer hinter den Double Toast direkt oder ne ne ich bin der hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns ich bin durch noch jemand links kommt einer fuck äh ähm wie heißt denn das da ja den im spawn genau CT spawn hockt einer das ist der letzte links oben links oben rechts 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 Alter wie konntest du den nicht sehen da direkt links jetzt ja nice ja Alter ich dachte gerade wenn er den jetzt nicht kriegt ha oh meine Fresse alter ich bin super ich will den kein kill mehr gönnen alles klar ich will den noch von mir ein 15 ich bin so schlecht same again also never touch a running system was never touch a running system never touch a running system B einfach B und dann rüber zu A wir hatten B über also Mitte ist immer noch ganz gut ja aber wir gehen nicht direkt also erst B und dann Mitte ja ja ich mein B und dann Mitte warte ich mach ne Flash ist clean glaub ich nein nicht 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 rechts gucken und so äh Loch ist frei wer hat Bombe ich hab Bombe ich verkennt mich ja jemand da hinten am besten auch hin ja genau wo der gelbe grad hinläuft von hinten Tunnel einer Tunnel okay und zwei Stück ich hab Loch oben alles klar Boyka hat da schon zwei Stück weg geholt ich hab einen in den ihrem Spawn ja guck du weiter noch selbst im Tunnel oh unten ich bin tot äh der stand rechts an vor ihrem Spawn rechts rüber kommt wahrscheinlich jetzt Loch oder Double Doth ja ich guck beides Loch Loch ja sehr sehr gut ja ich konnte den von dir nicht treffen ich hab sie auch drauf geschossen aber naja weil der neue Skin für meine AK macht's es könnte was werden blaues Laminat das macht es aber diesmal auch noch nicht verdient Leute was was machen wir nochmal dasselbe ja oder okay die Bombe ich geb sie Flo nee okay dann nehm ich sie ich stepp ihn halt erster warte ich mach rechnung der Flash denn gerade hast du die Bombe sogar geplantet Flo ich hab auch eine ich schmeiß Flash rein wir sollten wir als erster gestorben Doppelflash ah ich werd geblockt ah Flash ich muss hier hinter okay ich geh wieder über Mitte jetzt ist mal ja ich komm mit dann müssen sie aber frei okay vorne und unten lag meiner der ist aber tot ich brauch Hilfe Doppeldoze okay okay links kommt einer rechts kommt einer auch hab ich's nice rechts sehe ich cut keinen überschritte links auch nicht der kann so schon der kann oben der kann oben der kann oben ja 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 kauft euch das holen wir jetzt holen wir jetzt ja das holen wir alles nirgends Ich hole immer alles ich hole immer ane Waffe wart es nochmal genauso irgendwas kaufen aber nirgends nicht jeder eine Autosniper und sowas sondern bei denen wir bleiben mit denen wirs grad die ganze Zeit gerissen haben Ich nehm immer die SG-55-80 Ich meinst ne normale Granate noch um die Ecke so ein bisschen Ich hab noch eine, warte ich hab noch eine Da brauchst du jetzt nicht unbedingt, aber egal Achtung von hinten Leute! Hinten, hinten! Mann da muss doch jemand aufpassen mal Fuck it! Tunnel, ja Von hinten! Loll! Okay der letzte kommt glaub ich auch von dort Der letzte kommt auch von dort Marien! Ja Mann! Oh Mann, Christi Kills-Dealer Oh Mann, ich wurde nicht aufgereinkt Hammer Teil und ich hab verdient was gewonnen Nein, kein Rundspiel Jawoll, trainen wir die Aufnahme, oder? Ja Ja, treff ich schon mit Tschüss! Ja, bis zum nächsten Mal! Ja, super geil! Wir sind mal reinhauen! Ciao!